Prinz Frederik plus Prinzessin Mary witzeln das Desinteresse ihrer Kinder. Wir haben jedermal den ein oder anderen Termin, auf den wir sogar keine Lust haben. So geht es auch den Royals, die das aber immer gekonnt überspielen. Bis auf die jüngere Generation. Egal ob in Großbritannien der kleine Prinz Louis, 4, in Schweden Prinz Oskar, 7, oder auch die dänischen Mini-Royals, sie sind alle nur Kinder, die hin und wieder mal ihren eigenen Willen haben und damit für niedliche Momente in der Öffentlichkeit sorgen. Prinz Frederik, 54, Prinzessin Mary, 51, und ihre Sprösslinge unternehmen einen Ausflug. Dabei sind Prinz Christian, 17, Prinzessin Isabella, 15, Prinz Vincent, 12, und Prinzessin Josefine, 12, nicht alle gleich begeistert, wie der Palast auf Instagram schreibt, und es auch auf den Aufnahmen zu sehen ist. Die Ausschnitte sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, Instagram.com Muzica a pus cu rapul de când mai tot ziceau că muzica a pus cu rapul și pentru el e de bun sim să ridic ștacheta, liric vorbință, ajungă la ea doar nasa cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, dume redante printre dale aculte, încerc flow-uri sute la show-uri puite, cum rup capete lumea de din capă rupte, Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine, pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul.